Elsa 15, allein auf Urlaub. Was heißt allein? Nur mit mir. Ich hasse dich. Bitte, 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 Erwin. Ich meine, wie alt ist der? Sicher 40? Fuck! Es ist alles gut, Elsa. Er hält sein Versprechen, alles gut. Haltet mein Herz. Du bist so gut, Elsa. Danke, ich weiß. Ich liebe dich, Elsa. Ich liebe mich auch. Nettes Top übrigens. Sag mal, geht's noch? Bist du allein, nettes Top? Gescheißen übrigens. Arsch, denke ich. Hol Luft, Mund zu, Elsa, und erstmal mit Tante Olga Oda einfach ignorieren. Aber genauso fängt's an. Immer fängt's so an. Immer sagt irgendwer, hey, lass gut sein, Männer sind nun mal so. Ich will's nicht gut sein lassen. Fick dich, sag ich. Okay? Das hat gesessen. Das hat sich.